Das CTG ist eine Abkürzung für den Begriff Kardiotokographie. Eigentlich müsste man es noch erweitern. Es ist nämlich eigentlich die Kardiotokokinetographie, denn wir bestimmen dort mehrere Dinge. Kardio, die Herztöne des Kindes, Toko für die Aufzeichnung der Wehen und Kinetto für die Aufzeichnung der kindlichen Bewegungen. Und das alles zusammen wird auf einen Papierstreifen aufgezeichnet und gibt uns in vieler Hinsicht Informationen über das Kind, über den Zustand der Mutter, über den Zustand der Geburt und darauf basieren ganz wesentliche Entscheidungen in der Geburtshilfe. Amen.